Hallo liebe Freunde, ja ich habe mir ein neues Lichtspiel geholt, fürs Schlafzimmer, ach ist das geil, 5 Meter, 14,98 Euro, bei Action, Wahnsinn, 5 Meter waren es ja zu viel, ich wollte an sich nur die Wand hoch, aber, naja, habe ich den Rest noch mit verlegt, oh Mann ey, wenn wir früher solche Spielsachen gehabt hätten, ne, früher immer so ein Bierchen einzeln verlegt, ne, und die fressen ja fast keinen Strom, das geht ja zu wie im Kirmes, ne, und eine riesen Fernbedienung dabei mit allem, jetzt ist das Maria, was kann ich denn da alles schalten, ne, Mama Mia, was kann ich denn da alles schalten, ne, ne, Orange, Rot, was kann ich denn da alles schalten, na, jetzt kommt Rot, ne, oh, jetzt nochmal Rot, Orange, ja, da gehen so Haufen, Haufen Teile, da ist so viel Knöpfe, ey, da blickst du gar nicht durch, oh, warte mal, ich muss die Fernbedienung erstmal aktivieren, dann die Schleife rausziehen, sonst geht gar nichts, so, jetzt, jetzt müsste was gehen, so, ach, jetzt geht es andersrum, mein Gott, so ein Haufen Farben, kann man das noch einfarbig, heller, dunkler, ne, keine Ahnung, muss ich ja alles noch durchstudieren hier, ne, hier ist das Maria, da ist was los, ey, 30 Meter, eine Stunde, dann kann man es auch heller machen, dann kann man es auch dunkler, ich weiß es nicht, reagiert irgendwie nicht, reagiert irgendwie nicht, aber schönes Spielzeug trotzdem, muss ich sagen, Kirmes zu Hause.